Hallo zusammen, mein Name ist Jamie. Ich arbeite bei der SVL Energie AG, als lernernder Netzelektriker. Ich bin im dritten Lehrjahr und heute zeige ich euch etwas von meinem Tag. Bei der SVL mache ich viele verschiedene Sachen. Es ist sehr vielseitig. Es hat auch coole Leute. Wenn man mal Fragen hat, bekommt man die nötige Unterstützung. Als Netzelektriker macht es mir Spass, draussen zu arbeiten. Ich kenne mich auch sehr viel Elektrotechnik, was sehr hilft, wenn du in der Lehre bist. Ich arbeite viel mit Maschinen zusammen, wie z.B. Bobbinenwagen oder Zugmaschinen. Natürlich arbeite ich auch mit der Hebelbühne. Für diese Arbeit wäre es ein Vorteil, wenn man schwindelfrei ist. Als Netzelektriker arbeitet man viel draussen. Man muss sich auch für Elektrotechnik interessieren. Als Netzelektriker bin ich sehr gesucht. Als Netzelektriker ist man für die Stromversorgung zuständig. Darunter gehört Hoch- und Niederspannungsnetze. Und natürlich auch die Strassenbeleuchtung. Das sind Ausschnitte aus meinem Alltag. Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich bei der SWL Energie AG. Bebekommen! Benutztriker! 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 Benutztriker!